Vergrößern, verkleinern Robin Benzing machte bisher 131 Länderspiele Urheberrecht, der die ihr mit steilen bietende Mail-Kommentare Bundesligas ist. Oliver Würzburg steht vor einem größeren personellen Umbruch. Gleich zwei Topscorer verlassen die Franken. Einer wechselt zu Bruce Bamberg. S. Oliver Würzburg steht vor einem größeren personellen Umbruch. Die Franken müssen künftig ohne ihre Topscorer Mauritze Sturkei und Robin Benzing auskommen, die den Klub auf eigenen Wunsch verlassen. Sturkei kehrt zu Bruce Bamberg zurück, für die der Point Guard bereits zwischen 2009 und 2013 spielte. Das Ziel von Nationalspieler Benzing ist noch unklar, das hatten wir uns natürlich anders vorgestellt, aber in unserem Geschäft gehört es dazu, dass Spieler bessere Angebote bekommen, mit denen wir nicht mithalten möchten, sagte Geschäftsführer Steffen Liebler zum Abgang von Sturkei und Benzing. Twitter.com-große-Bamberg-Status-99-894-2004-9764-18827 Per Option stieg Würzburg zudem aus dem Vertrag mit Spielmacher Clifford Hammons aus. Teilen wie terne Mail-Kommentare. Teilen wie terne Mail-Kommentare.